herzlich willkommen zu part 2 es hat leider 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 einen kleinen kleinen fehler gegeben beim aufnahmeprogramm und zwar wollte ich das ganze eigentlich mal auf 60 frames ausprobieren hat mir aber derartig die cpu hochgeschossen dass es nicht so machbar war ich mache es weiterhin so wie jetzt mit 30 frames das tut ja dem ganzen auch keinen abbruch aber es fehlt uns ein ganz 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 kleiner teil der story und zwar waren wir ja part 1 auf dem schiff und wir sind jetzt auf der erde und müssen dem dortigen widerstand helfen haben jetzt auch ein paar aufgaben angenommen zwar in der zahl wo wir den händler ein bisschen aushelfen müssen in der stadt viel haben wir nicht verpasst nur eine kleinigkeit müssen im endeffekt mit dem kleinen typ da wieder unterwegs mit neuen s und viel spaß es muss eben quite a city once upon a time too bad vegetation claim most of it now operatoren 6o 2b it is time for your regularly scheduled contact this is to be nothing to report good to hear hey how's the weather on earth today good it's fine does that question have anything to do with der operation hary h okay h h die luden und in bislang coalitions sonne h 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 I s unabee alles sonne und sind ich mag die sonne nicht wenn er froh dass es jetzt wieder ein bisschen kühler wird kann besser schlafen ist durchatmen besser denken Das ist der Ort, an dem der Weapons-Trainer gesprochen hat. Oh, ich bekomme die Hostile-Maschinen-Liefeformen. Oh, nice. Moment. Waren hier nicht diese Teile? Und da ist eins. Weiter, weiter, weiter. Da ist noch eins. Noch eins. Noch eins. Okay, die Quests haben wir auf jeden Fall schon mal. Wir machen jetzt auch für die Aufnahme nur mal diese zwei Quests. Und da muss ich noch mal kurz schauen, wie es aussieht, zwecks der Aufnahme. Oder ob das tatsächlich wieder ein Hardware-bezogenes Problem ist. Was ich ja nicht hoffe. Das war ja nicht das erste Mal in letzter Zeit. Ich weiß nicht, dass die Vegetation zu einer abnormalen Größe seit der Entfernung von Menschen. Ich weiß nicht, ob es auch große Börsen gibt. Bis zum Hardware. Komm Listen. hmm schukka el hei und da liegt am dreck was muss ich hier wieder eins sammeln irgendwelche teile das da vorne im fels vielleicht do not run through the bushes okay okay das ist alles was der Supply-Trader gefragt hat Mann, diese Schuhe sind echt ein Schmerz in den Mund, oder? Die Resistenz ist ein wertvolles Alli zu eurem Haus indem wir ihnen helfen, wir helfen auch uns selbst also nein, ich glaube nicht, sie sind Schmerz ja, ja 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 so nice, das hat schon was hey ja 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 so lovell meine Freunde sterben schneller durch meine Waffen blblblblblbl Äh, nö, jetzt eigentlich nichts. Zip. Yo. So, jetzt speichern wir mal eben ab. So. Jawohl. Ab in die Wüste. Die guckt auch schon ganz schön blöd aus. Die Wäsche irgendwie. Wie sie ihre Haugen verträgt. Ah, ich hab gar nicht drauf. Oder? Das sieht nur so aus. So. Zack, zack. Zack. Du, ich würde mir eigentlich gern die Waffe upgraden lassen. Okay. Okay, aber da kann ich aber noch eine zweite. Waffen-Sit 1, 2. Alle Waffen. Ah. Ausrüsten. Habe ich jetzt beide oder was? Ah. Ja, danke, danke. Bla, bla, bla. Geil. Die Maschinenwesen. Ja, alles so. Los geht's. Angeln? Commencing Fishing. Hm. Best game ever. Oh, man kann angeln. Best game ever. Auf was sitzt die? Drauf, geh, schissen. Zuck, 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 zuck. Hm, das kann ich aber als Sperren dafür ausführen, okay. Interessant. Juck, die Nass. Jetzt haben wir ein paar Dicki hier auf der Straße. Zuck, 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 zuck. Yung. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Hm. Echt jetzt? Okay, okay, die werden jetzt schon ein bisschen knackiger. Gut, gut, erledigt. Hm, speichern immer gut bei dem Spiel. So, was gibt's bei dir? Du bist aus Yorha, oder? Ja. Oh, was hast du denn so? Achso. Hm, Erholung wäre natürlich nicht schlecht, gell? Mhm. Ja, aber das Zeug habe ich doch schon alles, oder nicht? Hm, na ist ja egal. Mh, äh, äh. Mh, äh. Reißassant. Und... Es ist nicht Zeit, um zu verbrechen. Jetzt, mehr als immer, müssen wir uns in den Hohen... Erinnern, dass mehrere hunderttausend Menschen auf der Mond haben nichts mehr als eine Rückkehr zur Erde zurück. Glorie zu Menschen! Diese Kanzler-Broadcasts sind immer so stark. Report. Mail-Notification bekommen von Access-Fund. Was ist das? Hey, unser Lied hat mir alles über dich erzählt. Ihr Name ist Jackass. Schön zu treffen. Ich höre, du planst, alle Maschinen in der Schuze zu entfernen? Ich glaube, das bedeutet, wir müssen diese Entrance zu bekommen. Es sieht so aus. Also, ähm... Jackass, war es? Hm? Ich will nicht, dass jemand in der Schuze getrennt hat. Geh nicht, zu versuchen, ein Hörer zu sein, okay? Jackass... Arschkopf... Wer öffnet eine Schuze mit Explosiven? Das muss man einfacher werden, nicht wahr? Nein. Weg mal nicht. Weg mal. Hier. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Weg mal. Große Wüste, großes Nix. Ja, gehen wir gleich mal da hoch. Uh, this sand sure is slippery. Kill. Oh, oh, oh. Kill. Ja, gehen wir. Ja, gehen wir. Mann. Muss das eigentlich sein mit... Ah, okay. Gegenstände benutzen. Kleine Erholung. Passt. Nichts. Ja. 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 Hmm. Die. Run. Run. Scare me. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. Okay, we're going to go right there, or what? Up, up. Okay. 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 Was ist das? Analyse. Es ist der Ruhe von einem alten Human-Residentialen Bereich. Die Strukturen wurden mit Namen wie Apartmentkomplex bezeichnet. Bei uns nennt sich das Blattenbauen, wird oft mit Hartz IV assoziiert. Jo, speichern ist immer gut. Sie sind nicht die Menschen. Zauber. Zauber. Ich schmeide hier noch ein abgekobenes Boot. Run! Run! Target confirmed. Let's get him. Hallo. Wie geht's dir? Nice. Heute. Heute. Da braucht man uns gar nicht so viel zu reden bei dem Spiel. Das läuft. Läuft einfach. Ich bin ein bisschen gestoppt gerade, muss ich sagen. Das gefällt mir von der Atmosphäre her. Wirklich. Die Etiquisse. standby. Lasst mich, dass es거나 haben die Corona habr der bills. Was... hat aufgerrecht. Na, wenn du siehst. Bach älter. Oh. Ow, 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 ow Super Owe So, da haben wir alle Ne, was ist das? Ja, das macht nichts aus, oder was? Ähm Ja 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 Okay, da war jetzt ein bisschen tricky arrow, aber das passt Ja 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 Das ist Ja 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 Hmm? Oh, don't dopes. There it goes! They don't give up. Ride. Ride. Must ride. Multiple machines detected ahead. But what's with these android bodies? Stay focused. What is this? My love. My love. Don't listen to them to be. Together. Forever. Together. Forever. Give me. Give me. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Just take them out. Feed me. Love. 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 I'll get you for this. I'll get you for this. Oh. Yo. So. Wie wollen wir das noch machen? Ah! So. Mit der Hohen fressen. Zwei Stück. Fast. Und weiter geht's. Kill the androids. Kill. Destroy. I love you. Kill. Hatred. Pain. Sluter. Try topirate. Try to通ere. Tick. 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 Ach du Scheiße, die hat doch eigentlich noch gar nichts zu tun, dann muss es auch sein. Was ist passiert? Ein Android? Nein, das ist eine Maschine. An-Droids! Warum? Fight. Sword. Dodge. Projectile. Deflect. Ich glaube, er ist... Evolving. Wir müssen das schnell enden. Ui. Ach so. Ich liebe diesen Strahl. Ach. 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 Junge, mach mal was zu dein Geld. Baller mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, man hat das jetzt gemacht? Was ist das wirklich eine Maschine? Verdammt, nicht noch eine andere! 2B! Wir müssen hier raus! 2B! Geht's voll ab hier! Halt ab! 2B! 3B! 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 4B! 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 5B! 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 7B! 6B! 5B! 5B! 6B! 7B! sind in dem spiel wahrscheinlich wieder so wie bei vielen anderen dass man es schaffen könnte aber unglaublich bedacht darauf sein muss wie man ausmacht operator we just encountered a pair of humanoid machine we weren't able to capture them but i have combat data ready for up understand ready to receive hopefully you can get something out of it die machen ja gar nichts so dann wollen wir mal zurück zur stadt lassen wir einfach mal ruhe die typen ja da vorne war der speicherstand ich zumindest ja gut so dann leute viel spaß lasst ein abo da und bis zum nächsten mal ciao die 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 Untertitelung des ZDF, 2020